Nach dem unvermeidlichen, aber angenehmen Infostand zur Europawahl in Wrist geht es ab nach Bad Bramstedt zu einer Konferenz. Hier sehen Sie mein zukünftiges Plakat zur Bundestagswahl. Heute aber geht es auf dieser Konferenz um Verkehrskonzepte für den Norden. Zur linken John Thiessen, in der Mitte Christian Karstensen, Verkehrsausschuss Deutscher Bundestag, und zur rechten Kurt Bodewig, mein guter Freund und ehemaliger Bundesminister für Verkehr. Auf dieser Konferenz mit 50 Fachleuten zum Thema Verkehr, Touristik, Umwelt unterhalten wir uns über sozial und ökologisch vertretbare Verkehrskonzepte für den Norden. Die Elbquerung zur linken oder zur rechten bei Glückstadt oder östlich von Hamburg, die Hinterlandanbindung Fehmarn-Belt, wichtige Ortsumgehungen, der Ausbau der Schiene, um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu diskutieren. Eine sehr erfolgreiche Konferenz mit einem Konzeptpapier, das Sie auf meiner Internetseite lesen und ergänzen können. Untertitelung des ZDF, 2020